Hallo Leute und willkommen zurück hier zur Run Array Teen Challenge. Chloe sitzt immer noch vor dem Fernseher, futtert ihren leckeren Eintopf. Und was schaust du da? Wahrscheinlich den Comedy-Kanal, ne? Natürlich. So, wie geht es dir? Du hast ja wenig Spaß. Gut, daran arbeiten wir. Rachel schläft jetzt gerade. Na, Spiel. Willst du mich etwa direkt ärgern? Ich bin doch gerade erst hier in die Aufnahmen gekommen. Also bitte ärgere mich doch nicht. So, Rachel pennt. Rachel könnte aber aufstehen. Du hast doch ausgeschlafen. Hunger, ja, das ist alles okay. Das geht eigentlich. Ach süß, dass du direkt mal lachst. Wie wäre es denn, wenn du der Chloe mal ein paar süße Nichtigkeiten flüsterst? So, sonntags morgens um 4.38 Uhr. Hast du Lust oder eher nicht so, Rachel? Möchtest du eher ein bisschen rumstehen und grinsen? Ja, wie es aussieht schon. Du könntest dich später mal hier um die Pflanzen kümmern. Oder aber Chloe macht das. Rachel, warum machst du nichts? Weil Chloe da so sitzt und futtert. Ich möchte, dass du süße Nichtigkeiten flüsterst. Rachel macht nichts. Möchte Rachel vielleicht hier hingehen? Ja, das möchte sie. Das ist doch schon mein Anfang. So, Chloe hat auch aufgegessen. Das ist sehr schön. Sie spült das jetzt wahrscheinlich erstmal ab. Nein, sie stellt das da hin. Knuddeln, ja, Knuddeln ist auch süß. Knuddelt man, Basian. Erstmal den Fernseher aus, genau. Na, Knuddel? Ich habe das Gefühl, Rachel... Richtig nicht so wirklich? Setzt euch erstmal hin. Und ihr plaudert, aber ihr knuddelt nicht. Warum knuddelt ihr nicht? Mädels? Küssen? Massieren? Oh, ich finde die beiden so toll. Über Weltfrieden reden, gnadenlos kitzeln. Na, rumschmusen ist ganz süß. Und beide sind kokett. Ach, ihr seid süß. Es ist nur sehr schade, dass man Rachel aufgrund der Frisur immer so schlecht sieht. Die hören gar nicht mehr auf. Zuneigung ausdrücken. Sagt mal, was ist denn da los bei euch? Blöde Wand, die ist in meinem Weg. Ich pläts hier mal aus. Händeküsse, Hose anbieten. Was haben wir noch? Händchen halten, Heiratsantrag. Nein. Ewige Liebe anmachen. Oh ja, anmachen ist immer gut. Und im Hintergrund die blöde Musik von dem Fernseher. Wie sie sich anschauen. Und? Passiert da jetzt noch was? Oder? Schaut ihr euch einfach nur an. Ich finde es unglaublich süß. Wie wäre es denn mal mit einem Teckel-Mächtel? Ich werde mal den Fernseher ausmachen. Das stört hier ein bisschen die Atmosphäre. Oh, ah, nimm mal. Und? Oh mein Gott. Das erste Mal von Chloe und Rachel. Oh, ich werde die Geräusche so witzig, dass sie machen. Ach, schön. Das erste Mal von Chloe und Rachel. Die hören gar nicht mehr auf. Die hören gar nicht mehr auf. Jetzt hört sie auf. Ist Chloe eingepennt? Oh, ach, ihr seid echt süß. Ganz ehrlich. Küssen. Ach, schön. Ja. Ach, ihr seid echt toll. Ich mag euch. So, es ist Sonntagmorgen. So fängt der Sonntagmorgen doch gut an. Euch geht es auch soweit gut. Weißt du was, Chloe? Du kümmerst dich jetzt mal um die Pflanzen. Wir müssen ja hier ein bisschen zur Tagesordnung übergehen. Moment, konnten wir... Achso, das ist Rachel. Ich habe mich gerade schon gewundert. Warum können wir den nicht weiterentwickeln? So, weiterentwickeln. Und dann kannst du allgemein den Garten ein bisschen pflegen. Und zum Ernten ist hier nichts, oder? Da kannst du nochmal alles ernten. Auch wenn du gerade so kokett bist. Und Rachel könnte eigentlich mal was essen, wenn denn noch was da ist. Ja, ist sogar noch. Einer ist noch übrig. Ja, komm, dann schnapp dir den mal. Die harte Arbeit hat sich ausgezahlt. Das ist schön. Und ich werde mal wieder schauen, was unsere... Was? Wo sind denn deine Frösche? Wozu helle... Ach, die hatte noch gar keine Frösche, ne? Stimmt, Rachel hatte noch keine Frösche. Ich habe mir jetzt gerade schon hier Sorgen gemacht. Gut. Ein Frosch direkt wieder weg. Stimmt, sie wohnt ja noch nicht lange bei uns. Wir waren mit ihr noch gar nicht auf Froschesuche. So, 1078 Simulions. Ich weiß schon sehr genau, wofür ich das Geld als nächstes ausgeben werde. Das verrate ich aber noch nicht. Abgesehen davon wird die nächste Investition hoffentlich eine weitere Etage sein. Ich habe schon in den Kommentaren gelesen, dass wieder viele Vorschläge kamen, was ich doch bauen soll und was ich doch mit dem Geld machen soll, wie zum Beispiel irgendwie eine Galerie bauen oder so. Aber ich möchte erst mal eine zweite Etage. So, Chloe, ich habe das Gefühl, ihr macht echt nichts mehr von alleine. Ich muss noch mal hier kurz in die Optionen reingehen. Selbstständigkeit ist doch vollständig. Selbstständigkeit für gewählten Sim deaktivieren. Wie für gewählten Sim. Ah, daran lag es. Lag es daran? Ich glaube, ja. Heißt so viel wie, wenn wir Chloe ausgewählt haben, dann macht sie selbstständig nichts, oder wie? Aber sie macht auch jetzt nichts. Ach man, du kannst dich ja hier, kannst dich ja hinsetzen zur Rachel. Könnt ihr ein bisschen quatschen oder keine Ahnung. Nein! Leute, ich sehe es durch die großen Fenster. Ey, das darf nicht wahr sein. Chloe, du gehst jetzt hier hin. Du gehst jetzt hier hin. Ach man, Spiel, bitte lass mich. Lass mich ihn fertig machen, bitte. Der kann doch nicht jeden Tag hier hinkommen. Gemein. Beleidigen. Anbrüllen. Hau ab, Carlo. Was willst du hier? Jetzt kommt der hier jeden Tag vorbei. Ey, wir müssen umziehen. So ein irrer Stalker, ne? Das ist unfassbar mit dem. Und er lacht noch drüber? Sag mal, Chloe. Du machst ihn jetzt mal bitte ein bisschen fertig. Ihr entspotte mal über sein Outfit. Das darf nicht wahr sein. Andeuten, Mutter sei ein Lama. Ja, du kannst alles machen. Oh, er ist wütend. Uiuiui, er ist wütend. Aber was ist das auch für ein irrer Stalker? Mal ganz ehrlich. Das Problem ist, gleich wird Chloe wütend sein. Kämpfen. Oh, erstmal ist sie konzentriert. Getränk werfen, ja bitte. Wirf dein Getränk in Carlo Creeps Gesicht. Oh, 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 oh. Jetzt dreht Chloe... Hallo, Lee, es ist schön, dass du da bist. Ich hab grad keine Zeit für dich. Ich möchte gemein zu uns sein. Oh, 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 oh Was geht mit euch? Wow. Carlo ist benommen. Den haben wir ja mal richtig vermöbelt. Kann das sein? Und er ist extrem sauer. Zum Feind erklären. Ich find ihn so lustig. Beleidigen. Ich weiß nicht, soll ich ihn zum Feind erklären? Ich hatte noch nie so einen richtigen Feind. Was macht Lee? Der guckt sich das immer noch an. Haut er jetzt mal ab hier von unserem Grundstück? Um Vergebung betteln? Ganz bestimmt nicht. Ganz bestimmt nicht. Ich erklär dich jetzt zum Feind. Es ist aus und vorbei zwischen den beiden. So Carlo, dann hau jetzt bitte ab, bitten zu gehen. Ja. Hau jetzt hier ab. Ich glaub, wir haben dich genug fertig gemacht. Ja, Lee, es tut mir leid, dass ich keine Zeit für dich hatte. Der geht einfach nicht. Hat ein gebrochenes Herz. Oh, Chloe ist tatsächlich jetzt noch wütend. Vier Stunden lang. Gut, ich denke aber... Oh, Rachel möchte was mit Lee machen. Sehe ich das richtig? Was wolltest du denn mit ihm machen? Plaudern. Ja gut, da ist er jetzt schon wieder weg, würde ich mal sagen. Oh Mann, dieser Carlo. Unfassbar. So, euch geht's soweit gut und ihr macht trotzdem nichts von alleine. Das find ich doof. Das find ich echt doof. Über den besten Köder reden, Wange streicheln. Ja, mach doch mal hier was ganz Süßes mit der Rachel. Was ist da hinten so los? Ach, das Übliche. So, ich bin gespannt, wann der Carlo das nächste Mal wiederkommt. Ob er überhaupt wiederkommt. Chloe, was macht ihr zwei da? Was ist das? Das war auch gerade irgendwie ein bisschen buggy. Ich würde gerne versuchen zu beruhigen, genau. Chloe, nicht aufregen. Jetzt mach die Rachel nicht doof an. Die kann da nichts für. Kannst du mal deine Alltagskleidung wieder anziehen? Ganz easy, Chloe. Ist alles gut. Was? Chloe, jetzt reicht's aber, ne? Jetzt reicht's aber. Pass mal auf. Pass mal auf. Ich drück mal hier kurz auf Pause, bevor das noch... Ärgerliches Häuflein machen. Ja, auf jeden Fall. Und danach kannst du versuchen, dich zu beruhigen. So geht's ja nicht, dass du hier die Rachel angehst. Also bitte. Chloe, machst du bitte ein ärgerliches Häufchen? Das hab ich noch nie gesehen und ich wollte es unbedingt mal ausprobieren. Das ist das ärgerliche Häufchen? Na, da bin ich mir ja nicht so sicher. Na, das ist ja nicht besonders spektakulär. Boah, Rachel, das tut mir jetzt total leid. Dass du da jetzt so angemacht wurdest und das Getränk abbekommen hast und das Ganze auch noch so ein bisschen buggy. Dass Chloe da hinten steht und das ganz merkwürdig wirft. Hast du jetzt? Oh, Lumina. Ja, du sollst versuchen, dich zu beruhigen, Chloe. Erfrischen, sich selbst motivieren, sich bewundern. Erfrisch dich mal. Vielleicht ist das ganz gut. Ich räume das in der Zwischenzeit weg. Und ich hab immer noch das Gefühl, die Selbstständigkeit ist hier nicht so gegeben, ne? Kann das sein? Pass mal auf, Rachel. Du kannst mal ein bisschen sauber machen. Chloe bewundert sich da und denkt, ja, ich bin so geil. Ich hab Carlo Creep erstmal total fertig gemacht. Und dann auch noch die Rachel. Echt mies. Richtig gemein. Ja, Chloe, du bist die Allerschönste. Du bist ganz wundervoll. Haha. Aber mit euren Bedürfnissen sieht es auch gut aus. Und wenn ich mich nicht irre, müsste Chloe morgen altern. Genau, am Montag. Okay. Hey, du stehst... Ich muss nochmal in die Option. Sie steht da rum, da ist doch irgendwas nicht richtig. Gameplay. Selbstständigkeit deaktivieren. Achso, nein. Deaktiviert die Selbstständigkeit des gewählten Haushaltsmitglieds, während andere Sims ihre Selbstständigkeit behalten. Achso, nein. Dann war das falsch. Das ist jetzt nicht deaktiviert. Es ist jetzt aktiviert. Die Selbstständigkeit ist aktiviert. Aber warum machen die nichts? Ach, Rachel macht was. Sie kommt wenigstens raus und möchte sich die Hände waschen. Aber Chloe macht einfach mal gar nichts. Warum? Was ist da los mit dir? Hier, du kannst mal ein bisschen Bestellung... Was können wir denn bestellen? Tuning. Oh, Wodopuppe. Nein. Samen kaufen, Medizin kaufen brauchen wir alles nicht. Haushaltsschreiben. Du kannst mal ein Spiel spielen. Sie hat auch die ganze Zeit da die Leiste über dem Kopf. Ich weiß gar nicht warum. Das ist doch wieder Buggy hier. Oh, Telefon. Nee. Ach nee, komm. Da müssen wir gerade nicht rangehen. Die interessiert gerade nicht. Wer bist du denn? Moment mal. Marcel Crema. Nie gesehen den Typen. So. Nee, Rachel. Pass mal auf. Ich möchte gerne, dass du ein bisschen was malst. Ein klassisches, großes. Sollst du mal malen. Ich mache auch den Pferd sehr gerne für dich aus. Wenn du das schon nicht machst. So. Und Chloe spielt ein bisschen. Das ist auch in Ordnung. Oh. Aha. So. Dann mal mal was Schönes. Wie sieht es eigentlich aus mit Chloes Arbeit? Immer noch 7 bis 15 Uhr. Und Beförderung. Ja gut. Die werden wir dann vermutlich nach dem nächsten Arbeitstag bekommen. Hoffe ich doch. Oh nö. Nicht wieder das Häschen. Rachel. Das Häschen ist so langweilig. Ganz ehrlich. Und hier draußen ist gerade auch nichts Interessantes. Schade. Na gut dann. Ich glaube das können wir gerade mal ein bisschen vorspulen. Lassen dich da spielen. Denen geht es gerade echt gut. Das Techtelmechtel. Oh. Oh. Chloe ist kokett. Was ist das denn bitte? Was ist denn mit dir los? Warum wirst du kokett vom Spielen? Glamouröse Präsenz. Ach so natürlich. Weil du dich im Spiegel betrachtet hast. Ja ist klar. Du meinst da immer noch. Geht das nicht mal ein bisschen schneller? Oh. Chloe ist wütend. Immer noch oder wieder? Nein. Sie ist gleich nicht mehr wütend. Das ist schön. Rachel ist dafür aber inspiriert. Kann das hier mal kurz verkaufen. Und weil es dir so gut geht. Kannst du Landschaftsgemälde. Ja komm. Mach mal ein Landschaftsgemälde. Landschaftsgemälde. Ich hoffe, dass es ganz schön wird. So Chloe. Ich denke, du kannst da mal aufhören. Hier kannst du nämlich... Ah. Hier kannst du nämlich was weiterentwickeln. Und Moment. War hier nicht gerade noch was? Ne. War leider nicht. Äh. Dann nochmal alles ernten, was so geht. Ich finde das schön, dass sie jetzt auch mal die Tür hier hinten nimmt. Nicht ganz gut. So Landschaftsgemälde. Ach. Das ist ja schön. So eine kleine Hütte. Ja. Das sieht doch ganz nett aus. Glaube ich. So. Die harte Arbeit hat sich natürlich mal wieder ausgezahlt. Ich könnte hier mal schauen. Die Dinge, die wir vorhin geerntet haben. Genau. Die können wir verkaufen. Und wo ich gerade so die Gitarre sehe. Chloe. Du könntest eigentlich mal wieder ein bisschen spielen. Ne. Das wäre doch schön. Damit du da auch noch ein bisschen was dazu lernst. Und ein bisschen besser singst. Dann später mal. Gut. Ich lasse dich aber jetzt erstmal machen. Und dann könntest du auch was kochen. Rachel braucht ganz schön lange hier. Ne. Kann das sein. So. Was kochen wir denn mal? Kokette Herzkekse. Nein. Ach. Ich wollte gar nicht öffnen. Ich wollte kochen. Und Tortillas. Gruselkekse. Ja. Die können wir dann bei Gelegenheit mal machen. Jetzt aber eher nicht. Käseaukäpfel. Ach Gott. Nein. Ich wollte nur mal gucken, ob man da auch eine Partygröße machen kann. Oder ob das wahrscheinlich direkt eine ist. Die Sache ist aber die. Ich weiß nicht, ob diese Käseaukäpfel jetzt so lange irgendwie halten. Spaghetti. Zombiekuchen. Wie geil. Erdbeerkuchen. Ne. Mach mal bitte Spaghetti. Ich glaube, das ist ganz gut. Frösche züchten. Geht das schon wieder? Ja. Das geht sogar. Fantastisch. So. Weg damit. 1283 Simoleons. Das ist doch wunderbar. Aber du bist da jetzt gerade erstmal noch beschäftigt. Ne. Ja. Ist ja in Ordnung. So. Was ist hier draußen los? David Madsen. Agente 47. James Sunderland. Und irgendwelche Unbekannten. Ach und ich natürlich. Da wo der Agent 47 ist. Da bin auch ich. Hihi. Laufe ganz unauffällig an ihm vorbei. Ja. So würde ich das vermutlich im realen Leben auch machen. Einfach mal dran vorbeijoggen. Rachel. Was ist mit dir? Was wollt ihr da? Ein bisschen quatschen. Plaudern. Umarmen. Ja. Das ist ja süß. Das ist ja süß. Nur die Chloe sollte gleich eigentlich mal ein bisschen was zu essen machen. Ja. Äh. Rachel. Jetzt stehst du rum. Ne. Jetzt stehst du rum und hast nichts zu tun. Pass mal auf. Du könntest. Du willst du schreiben, programmieren, üben. Sie will unbedingt mit Chloe plaudern. Schreiben. Ja. Ne. Schreiben ist so eine Sache. Ich glaube das dürfen wir nach wie vor nicht. Rachel macht einfach nichts. Ach, ich wollte mir das hier ja anschauen. Wenn ich das Bild so sehe, dann finde ich es sehr schön. Werde es gerade mal rahmen und frage mich, ob die Rachel ein bisschen in die Zukunft schauen kann. Hm. Rachel, wie sieht es aus? Kannst du in die Zukunft schauen? Ich bin mir da ja nicht so sicher. Das war jetzt schon sehr auffällig. Aber nun gut. So, Chloe macht jetzt erstmal was zu essen. Okay. Was macht Rachel? Ich bin gerade so verwundert, dass es den beiden die ganze Zeit hier so gut geht. Das ist echt irgendwie toll. Ach, sie malt noch mehr. Wer klopft an der Tür? Ach, Max. Ach, hi. Ja, gut. Hallo. Du kannst gerne reinkommen. Hereinbitten. Du kannst reinkommen, auch wenn Chloe jetzt was essen muss. Ich dachte schon, es wäre der Carlo. Apropos Carlo, ist jetzt die Frage, jetzt wo der unser Erzfeind ist, ob der sich überhaupt noch mal hier hintraut. Da ist er. Nein. Nein, bitte nicht. Carlo, bitte. Und der ist immer noch wütend, so wie es aussieht. Bitte nicht. Bitte komm nicht zu uns. Nein. Ey, das, das gibt es nicht. Das gibt es doch nicht. Das, das darf nicht wahr sein. Leute, das darf nicht wahr sein. Will er jetzt zu Rachel, oder was? Ey, das, das darf nicht wahr sein. Genau, Chloe, iss mal bitte. Und währenddessen kannst du mit Max hier von Gitarrensolos schwärmen. Das, nein, Max, mach ihm bloß nicht die Tür auf. Ey, das ist doch unfassbar. Der Typ ist doch total gestört. Wie er guckt und irgendwie, irgendwie ist das hier wieder sehr merkwürdig und sehr buggy. Aber gut, Level 3 der Malereifischkeit. Max, lass den bloß nicht rein. Und Chloe will auch nicht mit ihr plaudern, irgendwie über Lieblingsband reden. Irgendwie wird das hier nichts, ne? Ach doch, jetzt. Und der steht da vor der Tür und guckt einfach rein. Ach, geil. Das ist schön, Leute. Ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ich hoffe, Carlo Cream ist nicht dabei. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.